Sehr geehrte Damen und Herren, ich arbeite in der Firma IT Soluschenau und habe im Auftrag meiner Firmenleitung den Betriebsausflug für alle 42 Mitarbeiter geplant. Eine Woche vor dem Ausflug hat aber ihre Reisebusunternehmen mitgeteilt, dass meine Buchung storniert werden muss, da aufgrund eines Unfalls leider nur noch zwei kleine Busse mit je 20 Sitzplätzen zur Verfügung stehen. Jetzt schreibe ich Ihnen, weil mein Vollgesetzter bietet mich, diese Reservierung zu kündigen, weil uns Ihr Vorschlag nicht passt. Außerdem werden wir in Zukunft ein anderes Reisebusunternehmen wählen, bei dem unsere Erwartungen rechtzeitig bearbeitet und bedient werden. Bis zum nächsten Mal. Nach einer Gehändeprüfung Ihrer Bedienungen müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir mit Ihnen nicht mehr zusammenarbeiten können. Wir bedauern Ihnen, keine Bestellung mehr geben zu können. Wir wünschen Ihnen persönlich alles Gute und viel Erfolg. Mit freundlichen Grüßen. Name vor Name. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.